Wenn Sie eine Sukkulente mit einem gewissen Extra an Schönheit anbauen möchten, ist die Kalanschoe genau das Richtige für Sie. Wie viele Sukkulenten ist auch die Kalanschoe eine relativ anspruchslose Art, die viel Sonne und einen gut durchlässigen Boden bevorzugt. Ob drinnen oder draußen, die Kalanschoe verträgt eine Vielzahl von Temperaturen, vorausgesetzt, sie wird nicht durch Frost beeinträchtigt. Ihr Blühzyklus wird durch eine lange Strecke mit langen nächtlichen Dunkelheitsperioden im Winter in Gang gesetzt. Ab dem Frühjahr blüht die Kalanschoe dann mehrere Wochen lang und kann fast das ganze Jahr über blühen, solange man die Lichtverhältnisse kontrolliert. Licht Der Blühzyklus dieser Pflanze wird durch eine Periode von etwa sechs Wochen in Gang gesetzt, in denen die Pflanze täglich mindestens 14 Stunden Dunkelheit erlebt. Ungefähr vier Monate nach diesem Zeitraum beginnt die Pflanze zu blühen. Es ist möglich, die Pflanze fast das ganze Jahr über blühen zu lassen, wenn sie diese Winterdunkelheit erhält, um den Blühzyklus wieder in Gang zu setzen. Kalanschoe Pflanzen, die im Haus gezüchtet werden, brauchen viel Licht, um zu blühen, und sollten daher in einem Raum mit viel hellem, natürlichem Licht stehen. Vermeiden sie jedoch direkte Sonneneinstrahlung, da dies die Blätter verbrennen und die Blüte beeinträchtigen kann. Boden Im Freien wächst die Kalanschoe Pflanze am besten in gut durchlässigem, sandigem Boden. Zimmerpflanzen sollten in eine Mischung getopft werden, die nicht zu viel Feuchtigkeit speichert, zum Beispiel eine Mischung aus 50% Blumenerde und 50% Kakteenerde oder 60% Taufmoos und 40% Perli. Um eine gute Drainage zu gewährleisten und eine zu feuchte Umgebung zu vermeiden, können sie ihre Kalanschoe auch in einen Tontopf pflanzen, der überschüssiges Wasser aus der Erde aufsaugt. Wasser Wenn sie die Angewohnheit haben, gelegentlich zu vergessen, ihre Pflanzen zu gießen, kann eine Kalanschoe die perfekte Wahl für sie sein. Diese kräftige Pflanze kommt mit wenig Wasser aus und braucht nur alle paar Wochen eine vollständige Sättigung. Lassen sie die Erde zwischen den Wassergaben vollständig austrocknen, um Wurzelfäule zu vermeiden. Da es sich bei der Kalanschoe um eine Sukkulente handelt, sind ihre Blätter in der Lage, Wasser zu speichern. Selbst wenn sie ein paar Tage zu spät gießen, geht es der Pflanze gut. Temperatur und Luftfeuchtigkeit Die häusliche Umgebung ist wichtig für die Kalanschoe, obwohl sie nicht so wählerisch ist wie andere Zimmerpflanzen. Im Allgemeinen gedeiht sie bei Temperaturen zwischen 12 und 6 und 20 Grad Celsius, sodass sie, abgesehen vom Schutz vor Frost, nicht viel tun müssen, um die richtige Umgebung zu schaffen. Kalanschoe Pflanzen sind nicht wählerisch, was die Luftfeuchtigkeit angeht. Düngemittel Wie die meisten blühenden Pflanzen profitiert auch die Kalanschoe von Dünger, obwohl sie weniger hungrig ist als viele andere Pflanzen. Gartenpflanzen benötigen kaum mehr als eine einmalige leichte Düngung im Frühjahr. Zimmerpflanzen sollten in den Frühlings- und Sommermonaten einmal im Monat mit einer ausgewogenen Düngermischung gedüngt werden, jedoch nicht im Winter. Bei spärlicher Blüte sollten sie auf einen Dünger mit höherem Phosphorgehalt umsteigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017